Ich will euch mit einem anderen Mann ertappen, obwohl ich es euch verboten habe. Und was muss ich erleben? Jetzt habt ihr mir schon wieder Hörner aufgesetzt. Ach, wüsst ihr hier mal zu. Den Angeschmierten spielen wir nicht. Er hat recht, spielen wir lieber den Unbesonnenen. Nein, weder den Angeschmierten, den Unbesonnenen, noch den fliegenden Arzt. Wir bringen hier kein Post ins Spiel, keine Farce. Jean-Baptiste, Jean-Baptiste, du denkst doch nicht etwa an eine Tragödie. Seht euch doch nur mal um. Wir sind hier nicht auf dem Viehmarkt von Dijon. Der königliche Hof wird erscheinen, um uns hier zu sehen. Diesem Publikum schulden wir Besseres als eine Farce. Unsere Truppe schuldet sich Besseres als eine Farce. Ich schulde mir Besseres als eine Farce. Aber Jean-Baptiste, du spielst miserabel, Tragödie. Du machst dich lächerlich. Dir fehlt der Atem dazu. Tragödie liegt dir einfach nicht. Tragödie liegt dir einfach nicht.